ja hallo meine lieben und herzlich willkommen zum zweiten giveaway ja der erste giveaway hat ja schon großen anklang gefunden und ich konnte euch tatsächlich auch dreimal etwas verlosen das geht diesmal leider nicht ich habe leider nur zweimal zu verlosen aber dafür auch eine größere menge wenn man so von der menge sieht und da ihr wisst dass ich nur sachen verlose die ich selber gut finde und auch selber nutze ist es natürlich nicht fern dass ich murros da anschreibe und frage ob sie nicht was für mich zum verlosen haben und natürlich gar kein problem gewesen ein karton wurde direkt gepackt und hergeschickt und was verlosen wir heute für mich aktuell das beste stencil übertragungsflüssigkeitsgelfläschchen was ich jemals gehabt habe ich liebe dieses proton es macht sich wirklich gut ich verlinke euch mal auf dieses video da habe ich mal einen direkten vergleich gemacht ich werde jetzt demnächst noch dieses honey zeugs ein video darüber machen aber ich kann euch sagen dieses proton ist der hammer aber nicht nur diese flasche verlose ich nein ihr müsst das zeug ja auch wieder runter bekommen deswegen bekommt ihr auch noch das stencil runter wisch wegmach stencil flaschen zeugs hier so das gibt es auch noch dazu das nicht alles dann bekommt ihr natürlich noch die green sop in blau die bekommt ihr auch dazu nutze ich auch das ist hier ein konzentrat das könnt ihr in eure schwanhalsflasche rein machen und dann funktioniert das wunderbar aber wir sind noch nicht fertig dann gibt es natürlich noch ein tattoo finish dazu auch eine super sache und wenn ihr jetzt denkt dass es das war nein das war es immer noch nicht dann bekommt ihr einfach noch oben drauf eine ganze vaseline packung naja und das alles gibt es zweimal und zwar alles in pink nochmal oben drauf für die leute die lieber pink mögen haben wir das auch tattoo finish hier habe ich jetzt leider bloß eine kleine vaseline ich weiß nicht genau was murus da sich dabei gedacht hat mir ist das so unterschiedlich oder ob das einige sachen muss ich tatsächlich nach bestellen weil ja ich wollte ja schon zwei pakete daraus machen aber nun ist es doch bloß ein paket draus geworden aber wisst ihr was ich bin jetzt einfach mal kumpel ich sehe das gerade nämlich hier ich habe hier so ein bisschen mein vorratskram ich werde euch ich pack euch einfach noch mal zwei schwanhalsflaschen mit oben drauf weil das passt ja eigentlich relativ cool oder also haben es einmal hier schön in blau und wir haben es noch mal in pinky dann seid ihr auf jeden fall mit allem auf der richtigen seite ja und wie könnt ihr diese artikel nun bekommen natürlich wieder ganz einfach ihr postet oder ihr kommt ihr müsst abonnent dieses kanals sein ich würde euch empfehlen bei instagram auch gleich noch mir zu folgen sozusagen weil ich mache da jetzt ab und zu mal so ein paar fragerunden für ein q&a und so weiter da könnt ihr dann euch ein bisschen beteiligen und so bekomme ich dann auch ein paar video ideen und so weiter die können wir dann da schön abhandeln oder ich zeige euch da zum beispiel was ich gerade am testen bin und so weiter also ihr müsst abonnierten abonnent sein des kanals ihr müsst einen daumen nach oben unter diesem video und ihr müsst kommentieren mit hashtag muro star ihr könnt gerne noch etwas dazu schreiben wie ihr zum beispiel proton findet manche haben es ja natürlich schon ich bin damit definitiv total glücklich es macht sich etwas schwierig raus das zeug also das ist ihr arm sport aber das ist ja völlig egal weil mir ist es wichtig dass ich ein stencil das das muss in meinem arbeits ein abfluss das muss in meinen arbeitsfluss muss das reinpassen ich habe keine lust noch 20 minuten da zu sitzen und zu warten keine ahnung das stencil trocken wedeln und so habe ich keinen bock drauf das muss bam bam und losgearbeitet also ich wünsche euch auf jeden fall die daumen sind für euch gedrückt sagen wir es mal so ich drücke euch die daumen dass ihr irgendwie dieses zeug gewinnt und dann sehen wir uns kommenden sonntag bei der verlosung um 17 uhr 30 ich freue mich und sage hier mit wie immer macht's gut und bleibt gesund